Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen Hund, der nicht aufhörte in Richtung eines Umwetterkanals zu bellen. Sie waren schockiert, als sie herausfanden, warum. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Der 3. April schien zunächst ein völlig normaler Tag für die Südafrikanerin Charmaine zu sein, als sie wie gewöhnlich mit ihrem Hund Georgie eine Runde drehte. Die 63-jährige Frau und ihr treuer Dachshund gingen gerne verschiedene Routen, wenn sie durch Porta Elisabeth in Südafrika spazieren gingen. An diesem Tag führte ihr Weg an einem Umwetterkanal vorbei. Als sie diesem immer näher kamen, begann Georgie plötzlich völlig aufgebracht zu bellen und als Charmaine einen Blick auf den Kanal warf, konnte sie ihren Augen kaum trauen. Genauso wie Charmaine hatte auch Dachshund Georgie Angst vor Katzen. Als sie an dem Kanal vorbeikamen und Geräusche hörte, die an Katzenschreie erinnerten, dachte die Frau zunächst, eine Sanftpfote hätte sich darin verfangen. Dies hätte auch das wilde Bellen des Vierbeiners erklärt. Doch als sie den Schreien näher kam, stellte die 62-Jährige fest, dass es keine Katze war. Völlig aufgebracht wusste Charmaine, dass sie sofort handeln musste. Sie winkte ein heranfahrendes Auto herbei und dieses blieb auch tatsächlich stehen. Der Fahrer hielt an und stieg aus. Es war ein Mann namens Corny, der Charmaine sofort unterstützte. Eine Stahlstange, die sich in seinem Auto befand, nutzte der Mann, um die Betonplatte anzuheben. Diese bedeckten einen Teil des Kanals und konnten nur erahnen lassen, was sich hinter den Schreien befand. Doch als sie aus dem Weg geräumt waren, offenbarte es sich. Es war ein neugeborenes Baby, das völlig allein, ungeschützt und ohne Kleidung, aber noch mit der Nabelschnur versehen auf dem Boden des Kanals lag. Corny zögerte nicht lange und stieg in das beinahe zwei Meter tiefe Loch, um das Baby zu retten. Als er dem Kleinen immer näher kam, sammelten sich plötzlich eine Horde roter Ameisen um ihn herum, die den Retter in die Beine bissen. Bei dem kleinen Menschen angekommen, stellte Corny fest, dass es sich um ein Mädchen handelte. Er konnte jedoch nicht erahnen, ob sie verletzt war, also nahm der Mann die Kleine vorsichtig auf. Sie war so klein und zerbrechlich, dass Corny Angst hatte, sie zu verletzen. Er wollte sie für eine Weile in seine Arme halten, um das Mädchen zu beruhigen. Doch er wusste, dass er sie schnell dort raus und in ein Krankenhaus bringen musste, damit sie medizinisch untersucht werden konnte. Draußen angekommen, übergab er das Mädchen der wartenden Frau. Charmaine wickelte das Kind in ihrem Pullover und hielt es fest, während alle vier, inklusive Hund Georgie, auf den Rettungsdienst warteten. Schließlich wurde das Baby ins Krankenhaus gebracht, wo ihm eine starke Unterkühlung und ein Atemwegsinfekt diagnostiziert wurde. Charmaine konnte ihr Glück im Unglück nicht fassen. Dass Hund Georgie und sie es gewesen waren, die das kleine Mädchen gefunden hatten, war eine göttliche Fügung. Vor allem, weil sie diese Route nur sehr selten nahmen. Die 62-Jährige hatte das Gefühl, dass der Säugling für etwas ganz Besonderes bestimmt war. Die Mitarbeiter des Krankenhauses legten alle Hebel in Bewegung, um eine neue Familie für das kleine Mädchen zu finden. Damit dieses nicht namenlos blieb, nannten sie es schließlich Grace April. Kurze Zeit später hatte Baby Grace auch schon eine neue und liebevolle Familie gefunden, mit der sie Charmaine noch einmal treffen durfte. Sie war überglücklich, dass sie das Neugeborene noch einmal halten, knuddeln und küssen konnte. Die 62-Jährige berichtete, dass sich die Kleine gut entwickelte und von Tag zu Tag süßer und schöner wurde. Ihre neue Mutter arbeitet von zu Hause aus und konnte sich dadurch jederzeit um ihren neuen Sprössling kümmern. Und Charmaine war glücklich darüber, dass die Kleine nun all die Liebe bekam, die sie so dringend benötigte. Später schrieb sie auf Facebook, Für die 62-Jährige war es ein gottgewolltes Wunder, dass ihr Vierbeiner das kleine Mädchen bemerkt und sein Frauchen darauf aufmerksam gemacht hatte. Wer weiß, wie die Geschichte von Grace April ansonsten geendet wäre. Charmaine, ihrem tapferen Vierbeiner Georgie und dem hellenhaften Corny war es letztendlich zu verdanken, dass die Geschichte ein Happy End bekommen hatte. Was hältst du davon, Säuglinge hilflos auf der Straße auszusetzen? Welche Strafe sollten die Verantwortlichen dafür erhalten? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.